Er hat ja gesagt, Kicker Matthias Ginter ist verheiratet. Der Fußball-Weltmeister ist jetzt weg vom Markt, Kicker, 24, hat seine Liebste geheiratet. Im Dezember 2017 hatte der Stürmer seine Verlobung mit seiner Traumfrau bekannt gegeben. Den Heiratsantrag hatte er ihr in Dupai gemacht – die standesamtliche Trauung fand jedoch in heimatlichen Gefilden statt, Matthias und haben sich in March bei Freiburg das Ja-Wort gegeben. Ein Foto vom Tag seines Treue-Schwurs teilte der Gladbacher mit seinen Followern auf seinem Instagram-Account. Auf dem romantischen Pick trägt der Sportler einen dunkelblauen Anzug, seine neue Ehefrau ist in ein zartes Brautkleid mit Blumenapplikationen gekleidet. Der 24-Jährige hält seine Liebste in den Armen, während sich beide Verliebten die Augen schauen. Zu dem Bild schrieb schlicht, für immer und versah den Satz mit einem Herz-Emoji. Die Neuvermählten kennen sich bereits seit ihrer Kindheit, doch gefunkt hatte es zwischen den beiden erst kurz nach der Weltmeisterschaft 2014, von der als Sieger zurückgekehrt war. Nach der standesamtlichen Hochzeit, soll im nächsten Jahr die kirchliche Feier folgen. Hättet ihr gedacht, dass die zwei so schnell Nägel mit Köpfen machen? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab. Untertitelung des ZDF, 2020